Hallo, mein Name ist Spencer und meine Aufgabe ist es, Sie bei der Suche nach Ihrem neuen Laptop zu unterstützen. Bereit? Dann legen wir gleich los. Bitte beschreiben Sie doch einfach einmal Ihr Wunschgerät. Sollten Sie noch keine konkreten Vorstellungen haben, können Sie mich das natürlich auch gerne wissen lassen. Also, ich hätte gerne einen großen Bildschirm und viel Arbeitsspeicher. Wofür möchten Sie Ihren Laptop denn vorwiegend verwenden? Also zum Spielen. Was halten Sie denn von denen? Ja, gut, aber geht's noch billiger? Was halten Sie denn von diesem Gerät? Hm, eigentlich gut. Sollten Sie dieses Produkt auswählen wollen, sagen Sie dies bitte dem Studienbetreuer. Ansonsten können Sie sich natürlich auch gerne noch weiter umsehen. Äh, ja, ich hätte gern schon ein Laptop, einen Laptop mit Windows bitte. Windows 8 am besten. Und was meinen Sie zu diesem Laptop? Ja, aber eine schnellere CPU vielleicht, also ein besserer Prozessor oder so? Ich denke, dieses Gerät würde gut passen, oder? Ja, besser. Sollten Sie dieses Produkt auswählen wollen, sagen Sie dies bitte dem Studienbetreuer. Ansonsten können Sie sich... Ich denke, dieses Gerät würde gut passen, oder? Ja, aber mit einer besseren Auflösung. Und... Ja, na, bessere Auflösung war eigentlich alles. Vielleicht ein SSD. Mit SSD bitte. Und was meinen Sie zu diesem Laptop? Haha, naja, gute Auflösung und großer Bildschirm und viel schnellere CPU. Und mehr Hauptspeicher auch bitte. Und was meinen Sie zu diesem Laptop? Ja, das hat jetzt... Ja, hm. Sagen wir um die 1200 Euro maximal. Was halten Sie denn von dem? Ja, das ist ein bisschen zu teuer, aber dafür hat es eine SSD. Es hat einen großen Bildschirm und eine gute Auflösung. Ist aber recht flach. Und ja, alles insgesamt, das schaut gut aus. Das nehme ich bitte. Danke.